Ja, ich kann mich nicht bewegen. Ja, geil. Wie steuere ich denn mit der Tastatur? Das hat... BASD. Okay, springen kann ich nicht. Hilfe, warum kann ich nicht springen? Ach doch, der geht rein, oder? Nee, doch nicht. Ach, das ist unser Tor, ne? Scheiße! Au, hi! Warte, warte, ich komm! Ich weiß nur nicht, wie ich jetzt fahren muss mit der Tastatur. Oh nein, Feuer daneben! Aber das ist doch doof, wenn man das vorher machen muss. Das muss man immer vor jedem Spiel machen. Ja. Wo ist denn nochmal die Ball? Nein! Schatz, zurück! Aua! Aua! Gehst du mal weg! Wie komm ich auf Ballkamera nochmal? Du sprichst, äh, also übst du doch mit dem Kontroll... Hast du Kontroll oder... Nee! Tastatur! Dann war ich nicht. Nein! Ich... Ooooooh! Ich drück hier auch noch auf... Hallo! Sag mal! Wer ist mir hier gerade reingefahren von euch? Oh, das war gut gespielt. Nein, das war scheiße! Das war ein Tor für die! Und ich hab dich zum Schlick noch... also zum Schluss noch... Also das... das Springen habe ich jetzt gefunden, aber ähm, wie gebe ich denn dieses schnelle Garten? Das geht aber, glaub ich, nur, wenn ich da drüber fahre, ne? Das ist B. Wenn du ein Kontroll hast, B. Du musst aber erstmal aufladen. Da ist keiner! Nein! Fahr! Oh, fuck! Oh! Nein! Oh, fuck! Ja! 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 Und das war ein klassisches Eigentor! Das war kein Eigentor! Das war kein Eigentor! Es hast wirklich geschlossen! Hallo? Scheiße, Schatz, die sind so aufgeschmissen. Ja, das ist Anfängerglück, das machst du nur in der ersten Runde. Nein, nein, ich bin da, ich bin da, warte, ich komme nicht hoch, warte mal, scheiße, ich fahre ich schon. Oh, heisse, danke. Ja, ich habe immer das, hallo, hallo, Auto, fahrt geradeaus, bitte. Oh, stopp. Ach, das war Bremsen, ah, ich habe Bremsen gefunden. Oh, das ist ein Rundgang, ein, rein, mach. Oh, oh, Mann. Nein, nein. Ich hätte, äh, das gibt's, ja, klar, hier wird man nur abgefahren, ey. Das kann sie am besten. Ja, das mache ich immer, in jedem Spiel. Nein, und ich springe immer unter die Bälle drunter, ich weiß auch nicht, warum. Nein, das ist, äh, Schatz, was du willst? Oh, Entschuldigung, Silke, ich gerade kopft, oh Mann. Nein, 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 nein. Ich fühle mich hier gerade irgendwie, als ob, ähm, einer der Killer hinter mir wäre und ich zu dumm bin und dem voll in die Arme renne. Ich bin, oh scheiße, nein, hallo, ich bin hier runter. Schatzi! Nein! Yeah! Yes! Schatzi, wir sind ein gutes Team. Das, das ist nur, weil ich mit der Tastatur spiele, so. Genau, genau. Nach der Runde ändern wir das, Silke. Dann gibt's keine Ausreden mehr. Genau. Nein! Oh, ich war doch schneller da, oder sah das jetzt nur so aus? Scheiße. Oh, 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 oh. Oh nein, ich schieße zu uns, Schatzi, Schatzi. Das ist gut, hallo. Warum berührst du sie denn nochmal? Das war aber kein Ball gerade irgendwie. Äh, ich war voll von dem Hasen oben irritiert. Haha, Lars hat Angst vor mir, ich seh's schon. Oh, hallo, Schatzi. Nein, geh weg. Nein, oh, voll davor. Nein, scheiße. Ja, ist ein dicker Kumpelball. Nee, ich wollte noch dazwischen springen, aber ich bin nicht mehr so hoch gekommen, glaube ich, ne? Sind wir so weit runde? Ja, ich war gerade noch im Fallen, ja, scheiße. Die machen uns fertig, Schatz. Beeil dich, tu was dagegen. Los. Ach, ich wieder. Ja, du, aua. Ey, ey, warum schiefst du? Ja, geil, du hast mich weggefahren. Entschuldigung, Leute, das war keine Absicht. Ich bin einfach gefahren. Nein, ich bin bei ihm reingefahren. Sie ist mir hinten reingefahren und ich konnte den Ball nicht treffen. Ja, warum bleibst du da mittendrin stehen? Ja, das ist auch so geil, wie ihr beide halt von dem Ball wegschaffen seid. Du kannst da nicht mittendrin stehen bleiben. Ich fahr jetzt nur nach vorne. Nein! Oh, du sollst da ein Tor drin. Oh, der geht auch rein. Der geht auch rein. Entschuldigung. Oh, Schatzi, jetzt hätte ich verpasst, da hätte ich mein erstes Tor in diesem Spiel gehabt. Ich hatte noch nie ein Tor in dem Spiel, Leute. Entschuldigung. Wie, noch nie? Das war jetzt mein Tor, noch nie. Oder noch nie, noch nie. Noch gar nicht. Noch nie. Nee, noch gar nicht. Okay. Schatz, bleib beim Tor. Hör auf mich, bitte. Dreh ruhig weiter. Ja, 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 ja. Komm runter. Los. Nein. Fuck. Ja, nein. Oh, was machst du? Aber gut abgewehrt. Das war zwar, also das war natürlich alles so gewollt, ne? Nein. Oh. Oh, der hat mich explodieren lassen. Nein, ich bin nicht der Grund. Entschuldigung, das ist für wenigstens. Das ist das einzige, was ich kann. Ja, wie gut. Das war, nee, warte mal. Das war, wenn du einmal über die Dinger gefahren bist und dann in einen reingerast, glaube ich, ne? Nee, wenn du mit Vollgas in den reinrasst. Ja, mit Vollgas reinrasst. Ja, wenn du natürlich den Superboost hast, geht's noch besser. Also, es geht aber auch mit dem normalen Gas geben, quasi. Boah. Die Schweine, hast du das gesehen? Die wollten mich ausdingsen. Ausdrixen. Ausdrixen, genau. Da, schnell, zur Mitte. Nein, nein. Bleib doch mal hier. Aber ich finde das irgendwie mit dem Springen voll schwer zu kontrollieren. Ja, da braucht man echt viel Überblick. Ja. Oh, Lars. Du bist dabei. Nein. Hallo, Anna. Raus. Sechs setzen. Du hast mich doch noch lieb, oder? Nein, jetzt nicht mehr. Ey, du warte Kuh. Also, da wusste ich jetzt hundertprozentig, das war nicht der Flo, weil der spielt. Und du machst nur alles kaputt. Boah, ich bin schon wieder tatsächlich. Das bist du gar nicht. Nein. Entschuldigung, das ist das einzige, was ich kann in diesem Spiel. Scheiße. Und ich raste voll am Ball vorbei. Ich bin so blöd. Pass auf, guck mal. Da, da. Fuh. Ich finde es mal schön, wie die Hörner hier so einen Kampf führen und die beiden Frauen nebrennen doch. Äh, alles was gut machen. Also, ich bin in dem Spiel, so oft bin ich, glaube ich, in dem ganzen Spiel, bin ich explodiert oder so wie jetzt. Ich bin jetzt dreimal explodiert schon. Ja, und wieder. Nein, Schatz, das schaffst du, das schaffst du. Nein, ich wollte dich explodieren lassen, blöd Kuh. Wo ist der Ball? Scheiße. Ich habe ich... Oh, den hab ich abgelenkt. Den hab ich abgelenkt. Egal. Ja, ich muss aufpassen. Anna ist hinter mir her. Hilf. Oh, das bist du, Schatz. Entschuldigung. Oh. Ich dachte, ich glaube, dass du jetzt explodierst. Äh, hallo? Hallo, ich sehe nichts. Da. Komm, einmal kriege ich euch noch. Komm, rein, rein, Schatz. Ich sehe nichts. Nein, der geht rein auch noch. Guck mal, oder? Er hat doch der Patten jetzt... Nein, nein, nein. Oh. Der ist aber nicht mehr reingegangen, oder? Nee. 40 Störungen. Ja, zu bereit, ja. Silke, du startest das Spiel neu, und dann kommst du wieder mit rein, und dann kannst du in der Tastatur. Nee, nee. Jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt. Jetzt will ich das mit der Tastatur spielen. Jetzt willst du mit der Tastatur spielen, ja, ja. Aber das Einzige... Ich meine, du konntest aber am Controller konntest du diesen Superboost machen. Womit machst du das mit der Tastatur? Das weiß ich nicht. Ich würde ja jetzt auch sagen, wir können auch Männer gegen Frauen, aber das ist... Boah, das wäre unfair. Ja, ich spiele dann als Einzige und sie macht die ganzen Leute nur kaputt. Das ist doch auch so gut. Glaub mir, das kann bei viel bringen. Das kann viel bringen. Ja, wenn sie mich immer umfährt, das ist... Schatz, wo bist du? Schatte, ich bin. Achso, du bist schon drinnen. Okay. Ich bin blau. Boah, meine Stimme überschlägt sich. Die Previtz war ein bisschen hinten. Du machst jetzt die Tore. Nein. Ach, scheiße, das war die falsche Tore. Nein, nein, nein. Nein. Oh, Mann. Na, Lars, das ist echt gut nett von dir. Ich weiß. Das ist überhaupt nicht nett von dir. Ich spiele sogar schon in die richtige Richtung für euch. Oh, ja, ich wette aber gerade. Ja, eben. Ich finde den Ball nicht mehr. Wissen wir? Hallo? Wo ist der Ball? Die ist zwar ohne Scheiß. Nein, wieder vorbei. Entschuldigung, Schatzi. Ich verstehe es nicht. Nein. Fuck. Fuck. Ja. Wuhu. Du musst aufpassen, wenn irgendwas schnell hinter dir her ist. Das ist immer Anna. Mist. Nein. Oh, falsche Richtung. Au, au, au. Hallo. Ich muss sie hier kurz hin. Ja, komm. Nein. Ja. Ich musste gerade gucken, wer es war. Ich war es. Achso, Silke, linke Maustaste zum Überspringen. Rechte Maustaste. Ja, toll. Ich drücke natürlich die linke. Ich bin wieder voll drauf reingefallen. Entschuldigung. Hallo, Silke. Juhu. Scheiße, auch da ist sie. Aber man muss sagen, ich lenk euch ziemlich gut ab. Ja, ja, wenn du uns reinfährst, ne? Ja, ja. Nein. Ja. Boah, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ja, Mann, sein. Achso, hallo, sag doch, dass sie bald zu mir kommen. Oh, Mann. Ja, super. Ich habe Lars weggeräumt. Ich bin sehr aufräumt. Wo ist der Ball? Da. Scheiße, wie schaffen das die Leute immer zu fliegen? Falscht. Nein, 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 nein. Boah, das war so knapp. Hüppi. Nein, ich bin da noch hinter dir her. Warte mal, da. Wieso ist der Ball jetzt eigentlich... Ah, nee, der ist gar nicht blau. Knapp, Lars. Knapp. Nein, ich rede nicht mehr mit euch. Achso, ja, Entschuldigung. Warum springt ihr immer so hoch? Wieso kriege ich das nicht hin? Doppelsprung. Ich springe immer noch so. Ja toll, jetzt mache ich einen Doppelsprung und werde zurückgeschleudert. Du kannst den Doppelsprung auch lenken. Nach rechts, links, vorne und hinten. Ach so. Und schräg sogar auch. Oder auch normal einfach Doppelsprung machen. Dann hüpfst du halt ein bisschen höher. Oder während dem Sprung dein Boost aktiviert. Nein! Jetzt bin ich über euch drüber gesprungen. Deswegen hat er das jetzt erklärt. Damit ich so drüber springe. Mann. Ich hab keine Stimmung mehr. Ja, ja, ich geh ja schon weg. Ah! Ball? 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 Wo ist dein Balle? Wo ist dein Balle? Ja, sie will ja mich immer explodieren. Ich merke das ja schon. Ah! Könnt ihr euch mal entscheiden hier mit dem Ballen? Nein! 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 Oh! Hallo! Ja, das wäre einer gewesen, wenn mein eigener Freund mir nicht in die Karre gefahren. Und ich renne hier grad nur Kreischen um das Ding rum. Nein! Oh! Du solltest von der Ecke! Wo sind sie denn? Mann! Hallo? Also für mich ist es am problematischsten, echt den Ball zu finden. Das ist ätzend. Da gibt's ne extra Kamera dafür. Oh, Glück hat Lars! Was? Nee! Das war köllen! Ich hab den weggemacht! Genau! Nein! Was machst du denn? Ich wollte den wegmachen! Raut er sich dazwischen, das glaub ich. Boah! Du sagst boah, weißt du? Und die blöde Kuh da, die dann immer so fies am Lachen ist, die fährt zu mir rein! Nein! Du bist doch doof! Mann! Du bist so blöd! Das... Hallo! Ich bin dein Teampartner! Du bist so blöd! Nein! Aber du bist doch jetzt kaputtge... Wieso bist du nicht kaputtgegangen? Du bist kaputtgegangen! Du warst schneller als du! Du warst schneller als du! Glaub mir, kaputt machen nicht meine Spezialität! Nein! Doch! 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 Scheiße! Nein! Fahr! Ja! Glaub ich! Moment! Ich seh grad nichts! Oh nein! Oh nein! Das war wieder die blöde Anna! Das ist dieses... dieses blöde Auto dahin! Was immer so schnell durch die Kaken kam! Oh Mensch! Das war ne Vorlage! Nein! Das war richtig sauber! Dankeschön! Ja! Weißt du, der hat mich zweimal behindert, ne? Mein eigener Freund! Fährt in mich rein! Ich glaub, ich bin die größte Behinderung hier für euch alle! Ja, auf dich bin ich aber jetzt eingestellt! Auch wenn du mich erwischst, aber auf dich bin ich eingestellt! Aber das irgendwie direkt rein... Oh scheiße! Nein! Nein! Ja! Ja! Das war doch... Ich wollt grad sagen, das war doch jetzt der Flo, oder? Ja, das war aus Versehen nicht! Ja, jetzt war ich grad keine gleiche! Ja, ja! Das war wirklich aus Versehen! Du bist mir voll reingefahren! Einen kriege ich noch! Einen kriege ich noch! Einen kriege ich noch! Komm, noch ein Torschatz! Bitte! Nein! Ich bin nicht so schnell! Denkste! Denkste! Nein! Ja! Aber zumindest haben wir schon mal auf drei Tore runtergebracht! Äääh! Wieso bin ich jetzt schon Wieler-Spiel-Veteran? Ich war doch schon einer! Sechs Zerstörungen! Für mich eine äußerst erfolgreiche Runde! Ääh... Aber vielleicht möchtet ihr ja mit mir spielen! Ja! Spiel Tor! Mit Zirky will Lars! Komm, spielen wir zusammen! Dann spiel ich erst mal los! Okay! Wir bringen jetzt ein Floster zum Brüllen, weil ich die ganze Zeit ihn hee mache! Genau! Du musst ihn nieder machen! Das ist deine Aufgabe! Ich mach ihn nieder! Ich mach ihn nieder! Ich geh einfach nieder! Ich versuche zu Zirky ein bisschen Platz zu machen! Ich wollte ja auch mal im Gewinnerteam sein, wisst ihr? Oh! Ich soll mal nicht zu schnell sagen! Ich weiß, ich weiß! Das ist ne Vorlage! Ich kann keine Tore schießen, aber ich kann Vorlagen machen! Schatti! Nein! 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 Oh Mann! Warte! Wir müssen jetzt ins blaue Tor, oder? Ja! Ja! Oh Mann, ey! Das war so doof gespielt am Anfang! Hallo? Aber Schatti! Ich hab dich kaputt gekriegt! Ja, ja! Und das war sehr gut eigentlich! Das hat mir geholfen! Ach, fuck! Ja! Das war meiner! Juhu! Jetzt wollte ich gerade versuchen zu dir zu spielen, Schatz! Nein! Ich glaub das war nicht so gut! Ah! Fuck! 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 Flo ärgert sich jetzt schon, dass er jetzt mit mir spielt! Er denkt... Vielleicht sollte ich doch mal mit Anna spielen! Hä? Ich find das... Ist grad ganz okay! Das ist genau wie vorhin! Hey! Das ist genau wie vorhin! Entschuldigung! Ist das jetzt schlecht für mich? Oder ist das jetzt gut für Anna dargestellt? Ja! Vergleich für euch beide! Ja! Wobei sie ja nichts macht! Sie fährt ja immer nur die Leute rein! Nein! Oh Mann, ey! Warte! Das... Achso! Nein! Ich war nur als letzter dran! Ihr Idioten! Hm! Okay, ich war nicht als letzter dran! Ich seh's gerade! Ich hab ja jetzt noch reingerollt! Ja! Ja! Ich hab nicht so gedreht! Ich hab nicht gesehen, was da passiert ist! Oh! Irgendeiner ist grad gegen mich! Nein! 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 Okay! Danke, dass ihr euch Zeit lasst für sowas! Oh Mann, das ist aber schlecht abzuschätzen irgendwie, find ich! Ja, und der geht auch noch! Der... Das ist ein Glück, ey! Das gibt's nicht! Scheiße! Ich hänge auf der Seite! Ich hab den Ball mal in die richtige Richtung geschossen! Ja! Hm! Ich hab den verpasst! Aber ich hab das mit dem Runterfahren so langsam kapiert! Also es geht jetzt einigermaßen! Ich hab da voll Probleme gehabt früher! Aua! Na! Sorry, rufst du den... Wo ist er denn? Ah, dahin! Ah! Ah! Ja! Ja! Super Vorlage! Das ist doch richtig gut! Das ist doch richtig gut! Sehr gut! Da, ich guck mir das mal kurz an! Oh! Sehr gut! Du hast... Der war richtig gut! Oh! Guck mal, er hat mir ein Kompliment gemacht! Lars, magst du mich? Ja, das weißt du doch! Oh! Schade! Schade! Genau! Oh! Hallo? Kommen wir da runter? Ich habe da ein paar... Das ist unsere Tasche! Das ist unser Tor! Pass auf! Ich weiß! Ich weiß! Und da ist Anna! Pass auf! Pass auf! Sie schreffen eh nicht! Jetzt kommt! Aua! Achso, du massierst. Ey! Bist du jetzt noch reingegangen da durch? Nee, oder? Nee, nee, aber... Oh, ey! Ich hab mir das erstmal von der Ferne angeguckt, was ihr da macht. Fährst du noch, oder fährst du nicht mehr? Nice, ich hab meinem Tor geholfen! Schatz, du wolltest nächste Woche wiederkommen, oder? Das hängt von dem Arm. Wolltest du massiert werden? Ich bin noch eine Frau! Entschuldigung, Silke! Fuck, 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 fuck! Wolltest du nicht machen, nein! Ja, ich bin doch am Rollen gerade gewinnen! Ey! Nein! Oh, er kommt, er kommt! In der falschen Richtung! Lass mal wieder im Weg! Nein! Ey, wieso bin ich jetzt nicht linksgefahren gerade? Tu! Warum kriegt Flo immer der Ball immer früher? Nein! Lass, weg mit dem Ball! Ja, sie hat da nicht rausgeschossen! So knapp! Zack! So knapp! Das ist nicht dein Ernst jetzt! Ehrlich? Boah, ja, super! Zerlegt! Kann das sein, dass es auch glatt ist? Ich bin hier gerade voll durchgedreht. Ja klar, es ist Eis! Gerade es ist Winter! Ja, es liegt in meinem Namen! Was? Nein! Oh, schau, ich bin hier! Ach, Silke! Ja, das war Silke! Danke! Ich wollte ihn eigentlich aufs Tor, sorry! Ich weiß schon, warum Silke mein Liebling ist! Ja, das war ich! Nein! 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 Ja, das ist klar! Oh, ich war es! Oh, ich bin hier! Und dabei hast du uns gar nicht geschossen! Nein, nein! Nein, nein, nein! Ja, das war ich! Doch, sie war als letztes von uns da dran! No, hat sie! Wir spielen aber keine Ahnung! Silke hat uns nicht draufgeschossen! Wir spielen sie aus gegeneinander! Oh, schau... So was vom eigenen Freund. Das ist echt gemein. Danke, Silke. Vorlage, Vorlage, komm. Rein damit, rein damit. Unhaltbar. Und die Anna, das Schwein hier. Hast du das gesehen? Die hat doch versucht, mich kaputt zu machen. Hab ich nicht gesehen. Ja, sie weiß ja, warum ich Schwein sage. Oh, scheiße, das war gar nicht, ich spuck das. Nein. Ah, das war... Ja, schön nach vorne spielen. Das ist gut. Nein, fuck, fuck, fuck. Ich vergesse immer zu bremsen. Eigentlich müsste ich da stehen bleiben. Stehen bleiben und dann ins Tor rein. Oh, Anna. Wegen dir ruckelt mein Spiel jetzt. Wenn ich dich so oft kaputt gemacht habe, oder was? Ne, weil du das so nach oben irgendwie machst. Wo ist der Ball? Der ist weg. Der ist nicht mehr da. Das war ich. Boah, Schatzi, warum bist du so schnell wieder da? Ach, fuck, fuck, fuck. Ach so, du cheatest. Nein, abgelenkt. Abgelenkt, das war nicht nett. Nein. Ja, ich krieg irgendwie, ich weiß nicht, ich kann keinen Pusel machen. Ich weiß auch nicht, warum. Oh, Entschuldigung. Ah, nein. Wir haben zwei Tore, die ganze Zeit. Was haben wir jetzt wirklich bei Frauen gegen Männer gemacht? Ah, nein. Bitte. Wir haben die ganze Zeit. In der Zeit, ich will nicht schreiben, dass sie nicht festechen, Wie gesagt, die Leute so направieren, ich kann die Leute so an Pod, Wo ist diese Zeit? Das war einfach. Und dann spruche ich mich,